Macht ne jemand die Tür auf? Mir kocht sonst was über. Ach, ihr seid's. Bisschen spät, ne? Dann kommt mal rein. Ah, schön, dass ihr endlich da seid. Also ich bin die Kerstin, muss hier eben noch ein bisschen was eintuppern, aber dann trinken wir erst mal ein Sektchen. Ah, Hackchen. Naja, besser spielen als nie, ne? Ich bin akort. Und ich sag mal so, Grillsport ist immer noch die effektivste Form der Fettverbrellung. Ah, ihr schon wieder. Damit hab ich ja jetzt gar nicht gerechnet. Erwischt. Ich bin einfach eine crazy Nudel. Hi, ich bin Kai. Und du bist bei der Ehe. Ich schlau mich 96. Ich weiß, wo dein Auto steht. Tschüsschen, bis ganz bald. Tschüsschen. 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 Tschüsschen!